Wo wende ich einen Copter an und wo wende ich das Flugzeug an? Wir wenden diese längeren Flugzeiten und auch die höher aufgelösten Bilder eigentlich bei großen Flächen oft an. Wir können hier problemlos viele Quadratkilometer in einem Flug abdecken, während die die Coptersysteme oft punktuell eingesetzt werden oder für kleinere Flächen oder auch die Kamera lässt sich auch tilten. Hochpräzise und sehr leichte Gindle hier, ist unter dem Copter befestigt und gleicht jegliche Lagebewegung aus. Also kippt der Copter nach vorne, gleicht die Kamera, das sofort aus, kippt der Copter seitlich zum Beispiel, kann auch an dieser Ebene das Gimmel sofort reagieren, so dass wir hier Inspektionsflüge an vertikalen Strukturen durchführen können.